Und gerade stehen, die Augen links, die Augen rechts und die Augen geradeaus in die Laterna Magica und rühren. Ein herzliches Grüß Gott aus der deutschen Brat- und Backstube, die deutsche Kochschau für das deutsche Mädel, die deutsche Frau. Heute kochen wir Nusspüree mit Dill. Erst die Nuss, dann das Püree, dann das Dill. In dieser Reihenfolge, kleine erstes Brücke, NPD. Dazu brauchen wir eine Nuss. Oh, eine gute Nuss. Ist das eine gute Nuss? Eine gute Nuss? Ja, eine gute Nuss. Diese Nuss müssen wir rommeln. Am besten mit einem Sieb. Jawohl. Wollt ihr das kleine Sieb? Oder wollt ihr das totale Sieb? Ich will das totale Sieb. Jawohl, mein Brücker. 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 Größter Koch aller Zeiten. Die Nuss rommel ich jetzt bis zum Endsieb? In der Zwischenzeit habe ich schon einen Ernst-Röm-Topf aufgesetzt. Sehr gut ausgezeichnet. Mein Adjutant rührt jetzt das Püree. Ich möchte sagen, bei ihm ist das Rührer-Hauptquartier. Wollen wir rüber? Süße doch der Rührer! So. Die Nuss ist fertig gerommelt. Sie ist jetzt, wie man sieht, gemölzert, wie wir sagen. Ein Saft vielleicht? Ja, ein Saft von der Strachebeere oder vom deutschen Apfel. Saft, doch, Freunde! Das Püree ist fertig. Die Nuss gerommelt. Der Still kommt hinein. Das Essen ist fertig. Das Besteck. Die Löffel. Die Messer. Wo sind denn die Gubbets? Hier sind die Gubbets, meine Rührer. Gut. Bitte. FF. FF. I.S.A. Inso, mit 8, 5, 7, 7.